Jode, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und damit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Leute, ich reagiere heute auf einen Track, den ich auf TikTok gefunden habe und zwar von Yatsu. Da habe ich nämlich einen Track gefunden und so wie es aussieht, ist es auch gerade aktuell der neueste Track. Ich gehe nochmal ganz kurz gucken, ob das gerade auch wirklich der richtige ist. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie den falschen habe. Ne, okay, ist der richtige, alles klar. Gut, und zwar reagiere ich auf den neuesten Song, und zwar Stimme. Den Track habe ich bei TikTok gesehen. Fand den relativ okay. Also von den Ausschnitt, den ich gehört habe, fand ich den relativ gut. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir fangen gar nicht lange drum herum. Wir starten direkt durch. Zwei Minuten drei geht das Ganze. Und ja, gib ihn. Let's go. Glaub nicht, dass ich mich verliebe. Doch hört bitte weiter, deine Stimme klingt wie ihre. Meine Feelings irritieren mich doch selber und ich reiße dich mit in die Tiefe. Ich habe ganz, ganz, ganz dezente Arcaia-Vipes. Ich habe leichte Vipes in Richtung Arcaia, tatsächlich. Ähm. Okay. Gut. Gut, der Arcaia-Vipe wird wahrscheinlich jetzt den ganzen Track über da bleiben. Heißt, ich feiere es umso mehr. Gut, der Arcaia-Vipe wird wahrscheinlich jetzt den ganzen Tag. Ich hatte ihre Hand im Bild von deinem Spiegel. Hab meinen Abschiedsbrief geschrieben, aber nie wirklich versiegelt. In all ihre, den Teil für meinen Frieden. Ich hör dir so gerne zu, denn deine Stimme klingt wie ihre. Ich fühle mich so, wie du denkst. Will ich noch an ihr hängen. Du machst mich jetzt hell. Aber Baby, bitte glaub nicht. Glaub nicht. Glaub nicht, dass ich mich verliebe. Doch ritt bitte weiter. Deine Stimme klingt wie ihre. Meine Feelings irritieren mich doch selber und ich reiße dich mit in die Tiefe. Also daher, dass ich diesen Arcaia-Vipe habe, kommt das ganze Ding nochmal ein bisschen krasser rüber. Aber ich glaube, hätte ich den Vibe jetzt nicht, würde ich da nochmal ein bisschen anders drauf reagieren. Aber eben durch diesen Vibe, ähm, gefällt mir der Trick umso mehr, tatsächlich. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich muss die Hook nochmal hören. Hook war geil. Das klingt auch geil, ne. Ich hatte ihre Hand im Bild von deinem Spiegel. Hab meinen Abschiedsbrief geschrieben, aber nie wirklich versiegelt. In all ihre, denkt er für meinen Frieden. Ich hör dir so gerne zu, denn deine Stimme klingt wie ihre. Du bist nicht so, wie du denkst. Will ich noch an dir hängen. Du machst mich jetzt hell. Aber Baby, bitte glaub nicht. Glaub nicht. Glaub nicht, dass ich mich verliebe. Doch ritt bitte weiter. Deine Stimme klingt wie ihre. Meine Feelings irritieren mich doch selber und ich reiße dich mit in die Tiefe. Es kommt nichts los, es kommt nichts los, es kommt nichts los, es kommt nichts los, es kommen nichts mehr los. Geil. Geiles Teil. Beatmäßig genau meins. Äh. Ja. Emotionmäßig genau meins. Es ist einfach genau die Art von Muckel, die ich aktuell gerne höre. Ähm. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Real Talk. Absolut geiles Teil. Stimme nicht zu leise, nicht zu laut. Betonung sehr gut. Und ich frage mich gerade ein bisschen, wer das Mix- und Mastering gemacht hat, weil das ging scheiße gut. Das ging wirklich gut. Ähm. Ja. Ja. Wie gesagt, Beat absolut meins im Moment. Ähm. Generell so diese Art von Deeds ist generell einfach im Moment so meins. Höre ich gerne sehr viel. Ähm. Ja. Geiles Teil. Leute. Checkt den Boy auf jeden Fall ab. Ich packe euch die Links unten in die Videobeschreibung. Ich packe euch den Link zum Track in die Videobeschreibung. Und ja. Dann würde ich sagen. Haut rein bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. 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 Tschüssi.